Hallo Leute, willkommen zu meinem persönlichen Jahreschart und jetzt kommen wir auf Platz 4. Es ist wieder ein Rollenspiel. Es ist zwar von Square Enix produziert, aber nicht entwickelt worden, weil Eidos ja von Square Enix geschluckt worden ist, was ich jetzt nicht total negativ finde. Aber das hat dem Spiel zum Glück keinen Abbruch gegeben. Und zwar, es ist Deus Ex, Human Revolution, beziehungsweise auch der dritte Teil. Ich muss sagen, nach dem wirklich zähen Anfang hat mich das Spiel doch ab der Mitte richtig gepackt, weil dann hat man erst die richtigen, ich nenne es jetzt mal Fähigkeiten, schon eine Weile her. Und diese tolle Sprachausgabe, beziehungsweise coole Story, hat diese Kleinschwächen keinen Abbruch gegeben. Darum ist Deus Ex ziemlich weit oben bei mir gelandet, weil es sehr atmosphärisch war und wirklich teilweise wirklich moralische Fragen gestellt hat. Darum sage je wie ich, Deus Ex, Platz 4. Alsour, Where is dies leading me? What have I become? Am I more than human, or less? This technology, this strength, the temptation to misuse it, is hard to resist. If he stick his head out, Taeyong Medical is gonna chop it off. Am I strong enough to stay human? Be careful, Adam, because everybody lies. We're organizing the operate over and above society. I won't rest until I find the truth. Enjoy!